Scheinbar trennen sich dann unsere Wege, aber auch nur scheinbar, weil unsere Körper gehen vielleicht getrennte Wege, aber unsere Geister sind für immer und ewig miteinander verbunden und wir werden einander wieder begegnen, bis unsere Beziehung heilig ist. Hallo, ich bin Peri Soilu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Hi, ich bin Peri Soilu und ich freue mich mega, dass du heute wieder hier bist beim Happy Cool Love Podcast, Folge 189. Wir gehen hier immer wieder zusammen in die Tiefe, wir trauen uns und nehmen uns so circa 30 Minuten mit der Hilfe von einem Kurs in Wundern, um Sinn aus dem zu generieren, was wir im Außen so wahrnehmen und eine tiefere Bedeutung darin zu finden oder eine tiefere Wahrheit und wie gesagt, unser Kompass ist dabei meist das Werk Ein Kurs in Wundern. Ein Kurs in Wundern ist ja eine Quelle, die uns immer wieder versucht, darin zu trainieren, dieses Angst- und mangelbesetzte Denken des dominanten Denksystems, welches uns durch das Ego im Griff hat, wieder loszulassen, diese Gefangenschaft aufzugeben zugunsten eines Denksystems, was auf Liebe basiert und wo der Kurs sagt, dass das unser wahres Selbst ist, unsere natürliche Art zu sein, liebevoll. Nur wir machen gerade einen Umweg in die Angst, wo uns das Ego einredet, dass wir sterblich sind, dass wir ein Körper sind, dass wir in der Trennung sind, dass wir uns verteidigen müssen, dass wir angreifen müssen, um sicher zu sein. Und der Kurs sagt uns, nein, es gibt einen anderen Weg, der basiert auf Liebe, der basiert auf einem liebevollen Denksystem. Und diese Liebe, die du in Wahrheit bist, die hat dir eine Quelle gegeben, die wir Gott nennen, weil Gott die bedingungslose, vollkommene Liebe ist, die dich erschaffen hat. Und wenn du dich so wieder ausrichtest, wenn du immer die Wahl für die Liebe triffst, dann hast du die Möglichkeit, eine andere Welt wahrzunehmen, eine Welt, der vergeben worden ist. Und das ist, wohin der Kurs mit uns will. Er will uns beibringen, wer wir in Wahrheit sind, was eigentlich jenseits aller Worte ist. Und das erreichen wir, sagt der Kurs, indem wir vergeben. Vergeben und nochmal vergeben. So, das schon wieder zu Ein Kurs in Wundern, falls du hier das erste Mal dabei bist und dich wunderst, was Ein Kurs in Wundern überhaupt ist. Jetzt kannst du einschätzen, ob du Lust darauf hast, mir die nächsten 25 Minuten noch zuzuhören. Also, für alle, die noch da sind, ich freue mich, dass wir die Reise weiterhin zusammen machen. In dieser Folge besprechen wir übrigens gemeinsam die Lektion 127 aus dem Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern. Die war dran am Samstag. Und eigentlich hatte ich eine ganz andere Idee für die heutige Folge. Aber als ich die Lektion am Samstag gelesen habe, dachte ich, nein, ich finde es richtig schön, darüber zu sprechen am Dienstag mit dir hier beim Podcast. Also, bleib dran. Wir gehen in die Tiefe mit Lektion 127, beziehungsweise wir lesen ganz viel daraus heute im Podcast. Aber bevor wir dorthin gehen, würde ich dich bitten, dass, wenn dir dieser Podcast gefällt, dass, wenn du Nutzen aus ihm ziehst, du den Happy Cool Love Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts für mich bewertest. Ich würde mich wirklich mega darüber freuen. Und gleichzeitig hilfst du auch anderen Menschen, diesen Podcast leichter zu finden, die vielleicht auch nach einem Podcast suchen, wo wir den Kurs miteinander besprechen. Außerdem freue ich mich natürlich immer, wenn du die Produktion vom Happy Cool Love Podcast unterstützen magst. Alles darüber findest du auf meiner Webseite heraus unter www.happycoollove.de slash podcast gibt es den Unterpunkt Support und dort steht alles, was du darüber wissen musst, wie du mich in dieser Produktion des Podcasts unterstützt, wenn du es denn in deinem Herzen so verspürst. Und wenn du, so wie ich und andere Schüler von deinem Kurs in Wundern nicht genug vom Lesen des Kurses bekommen kannst, dann komm doch auf Clubhouse dazu in den Raum Wunderwerk. Dort lesen wir jeden Mittwochabend gemeinsam um 21 Uhr im Textbuch von deinem Kurs in Wundern. Also schau vorbei für Wunder, wenn du magst. Wir freuen uns auf dich. So, das waren die Ansagen. Jetzt komme ich wieder zurück zu dem eigentlichen Inhalt und zwar am Samstag saß ich morgens dort auf meinem Meditationskissen und bevor ich in die Meditation gehe, habe ich es mir ja zur Angewohnheit gemacht, die Lektion des Tages im Übungsbuch von deinem Kurs in Wundern zu lesen. Wir erinnern uns, das Werk ist aufgeteilt in drei Teile. Das Textbuch, das Übungsbuch und das Handbuch für Lehrer und das Textbuch ist sozusagen die theoretische Grundlage für das Übungsbuch. Also die gehen tatsächlich Hand in Hand. Ich glaube, vieles ergibt im Übungsbuch auch mehr Sinn, wenn man tatsächlich auch irgendwann mal anfängt, das Textbuch zu lesen. Das Übungsbuch ist ja der praktische Teil. Da lesen wir, wenn wir denn wollen und wenn wir die Bereitschaft aufbringen möchten, jeden Tag eine Lektion. Es gibt ja genau 365 Lektionen, das heißt für jeden Tag des Jahres eine Lektion. Wenn du am 1. Januar des Jahres angefangen hast mit Lektion Nummer 1, solltest du am Samstag bei Lektion 129 angekommen sein. Diese Lektion trägt den Titel Es gibt keine Liebe außer der Liebe Gottes. Genau das habe ich Samstag auf meinem Meditationskissen gelesen und dachte, ich möchte am Dienstag unbedingt diese Lektion mit dir gemeinsam nochmal lesen, weil sie einfach so schön ist. Schon der erste Absatz dieser Lektion hat es voll in sich. Wir lesen zum Beispiel, dass die Liebe eins ist. Das erstmal so sacken zu lassen, die Liebe ist eins. Ich meine, wenn du ein Kuss im Wundern nicht seit vorgestern liest, dann hast du diesen Satz oder diese Idee, dass wir alle eins sind, dass die Liebe eins ist, bestimmt schon ein oder zwei oder drei oder mehrfach gehört. Aber das wirklich mal an sich heranzulassen. Die Liebe ist eins. Ich lese uns jetzt mal ganz kurz den ersten Absatz vor. Du denkst vielleicht, dass verschiedene Arten von Liebe möglich sind. Du denkst vielleicht, dass es eine Art von Liebe für dieses, eine für jenes gibt, eine Art, den einen zu lieben und eine andere Art, jemand anderen zu lieben. Die Liebe ist eins. Sie kennt keine getrennten Teile und keine Gerade, keine Arten noch Ebenen, keine Abweichung noch Unterschiede. Sie ist sich selber gleich, durch und durch, unverändert. Sie verändert sich nie, je nach Mensch oder Umstand. Sie ist das Herz Gottes und ebenso des seines Sohnes. Wir erinnern uns nochmal, Gott ist die bedingungslose, vollkommene Liebe, die uns erschaffen hat. Sein Sohn sind wir alle, jeder von uns. Also wir sind diese Liebe und wir sind eins. Ich weiß, als ich über diesen Absatz das erste Mal gestoßen bin, doch etwas verwirrt war. Und deswegen möchte ich da nochmal uns etwas zur Hilfe holen, damit wir verstehen, wie ist das eigentlich gemeint, dass die Liebe eins ist. Wie übersetze ich das eigentlich in meinen Alltag? Falls das etwas ist, was dich auch vielleicht verwirrt, wenn du diesen Absatz liest, will ich nochmal kurz für uns einen Abstecher machen in das Handbuch für Lehrer, um das für uns zu klären. Also keine Panik, alles ist gut. Die Liebe ist tatsächlich eins, aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass der Kurs immer zwischen zwei Ebenen hin und her springt. Und wir dürfen echt sehr, sehr achtsam, sehr, sehr bewusst lesen, um zu wissen, okay, welche Ebene ist gerade gemeint? Und wenn die Liebe eins ist, dann ist natürlich die absolute Ebene, die Ebene, wo Gott zu Hause ist, wo wir in Wirklichkeit zu Hause sind, gemeint. Es ist diese höhere, diese geistige Ebene, die damit gemeint ist. Was das dann für unseren Alltag in unserer menschlichen Form zu bedeuten hat, das erörtern wir jetzt mit Hilfe vom Handbuch für Lehrer. Weil wenn ich an Liebe denke, dann denke ich gleich immer auch an menschliche Beziehungen. Wenn uns im Absatz 1 gesagt wird, dass wir denken, dass es verschiedene Arten der Liebe gibt, dann geht es ja um unsere menschlichen Beziehungen. Es gibt Beziehungen zu Menschen, mit denen wir unser Leben verbringen, mit denen wir einen Abschnitt gehen, die wir kurz auf der Straße treffen. Wie äußert sich denn, dass die Liebe eins ist in diesen Momenten? Und dabei hilft uns tatsächlich ein Abschnitt aus dem Handbuch für Lehrer, den ich jetzt mal dazu hole, um für uns einiges zu klären. Wie gesagt, in Wahrheit gibt es nur die Liebe Gottes, aber das ist ja die absolute Ebene. Auf dieser relativen menschlichen Ebene haben wir trotzdem, das sagt uns das Handbuch für Lehrer, verschiedene Ebenen, die in Wahrheit aber nicht existieren. Es gibt sozusagen verschiedene Lehr- und Lernsituationen, so nennt es das Handbuch für Lehrer. Und auch wenn wir als Mensch denken, es gibt verschiedene Beziehungen, verschiedene Arten unserer Liebe zu zeigen, ist das Wichtige, dass jede Lehr- und Lernsituation, jede Beziehung immer noch das gleiche Ziel hat. Aus einer Beziehung eine heilige Beziehung zu machen, in der beide auf den Sohn Gottes als sündenlos schauen können. Das ist, wenn eine heilige Beziehung ist. Wenn wir beide uns zum Beispiel gegenüberstehen und immer wieder wissen, diese Hülle ist nicht echt, ich sehe die Wahrheit in dir, ich weiß, du bist eine Seele, du bist ein Licht, welches eine menschliche Erfahrung macht und nicht andersherum. Und auf dieser Ebene ist die Liebe eins. Egal, wie sich auf der relativen Ebene unsere Beziehung gerade zeigt. Was ich eigentlich zum Ausdruck bringen will, ist, dass Beziehungsebenen nur eine Illusion sind. Deswegen heißt es im ersten Absatz, du glaubst, dass es verschiedene Arten der Liebe gibt. Ja, im Ego, in der menschlichen Situation, in dem menschlichen Kontext wirkt es so für uns und deswegen glauben wir das. Aber im absoluten Sinne gibt es nur eine Liebe. Und egal, wie sich auf menschlicher Ebene eine Beziehung äußert, unsere Aufgabe ist es, in jeder Beziehung diese absolute Ebene aus unserer Beziehung immer eine heilige Beziehung zu machen. Das ist unsere Aufgabe. Egal, wie sich die Beziehung im Außen äußert, im menschlichen Dasein äußert. Wir wollen das Licht erkennen. Wir wollen der heiligen Beziehung Platz machen. Ich weiß, dass das eigentlich nichts Neues ist für uns als Schüler von Ein Kurs in Wundern, aber dennoch, ich weiß nicht warum. Ich hatte einfach das Bedürfnis, das in dieser Folge festzuhalten. Ein Kurs im Wundern erklärt uns im Handbuch für Lehrer, dahin wollte ich ja eigentlich mit uns, sagt uns, dass es, wenn man so will, auf der menschlichen Ebene drei Arten von Beziehungen gibt oder drei Ebenen. Die eine Ebene ist so eine oberflächliche Beziehung scheinbar. Ist alles nur scheinbar. Was offensichtlich passiert, ist eh nicht die Wahrheit. Es gibt immer einen tieferen Sinn, eine tiefere Wahrheit, wenn wir die absolute Ebene konsultieren. Also, es gibt drei Ebenen von Beziehung, von Lehr- und Lernsituation, wie das Handbuch uns näher bringt. Und zwar ist die erste so eine oberflächliche. Stelle vor, du gehst auf der Straße und begegnest jemanden, den du scheinbar nicht kennst und du entschließt dich dazu, zu lächeln oder nicht zu lächeln. Das ist eine dieser oberflächlichen Begegnungen. Dann gibt es eine zweite Ebene von Beziehung oder von Lehr- und Lernsituation, wo wir mit jemandem verabredet sind, einen Weg gemeinsam zu gehen. Und es gibt keine Zufälle in der Erlösung, es gibt auch keine zufälligen Begegnungen. Jeder, der jemanden treffen soll, wird diesen anderen treffen, um letztendlich einer heiligen Beziehung Platz zu machen. Und wenn wir das in diesem Moment mit der Person, die wir ein Stück lang begleiten und die uns ein Stück lang begleitet, nicht schaffen, dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Scheinbar trennen sich dann unsere Wege, aber auch nur scheinbar. Weil unsere Körper gehen vielleicht getrennte Wege, aber unsere Geister sind für immer und ewig miteinander verbunden und wir werden einander wieder begegnen, bis unsere Beziehung heilig ist. Das, sagt Gott, und Gottes Wille geschieht, weil es auch im tieferen Sinne unser eigener Wille ist. Also wir sind nie getrennt, auch wenn sich unsere menschlichen Wege trennen und unsere Aufgabe besteht, bleibt bei der scheinbar oberflächlichen Begegnung, bei der Begegnung, wo wir einen Weg zusammen gehen und auch bei der dritten Art von Beziehung oder Lehr- und Lernsituation die gleiche. Nämlich, dass wir die Heiligkeit in unserem Bruder sehen. Das ist, warum Liebe eins ist. Das ist damit gemeint, dass Liebe eins ist. Das Handbuch für Lehrer sagt über diese mittelfristigen Beziehungen Folgendes. Diese Begegnungen sind nicht zufällig, noch ist das, was wie das Ende der Beziehung erscheint, ein wirkliches Ende. Jeder hat das meiste, was er zu jedem Zeitpunkt lernen konnte, gelernt. Wir trennen uns, weil wir zu dem Zeitpunkt das meiste, was uns möglich war, in dem Bewusstseinszustand, wo wir waren, gelernt worden ist. Und entweder haben wir es geschafft, eine heilige Beziehung daraus zu machen oder nicht. Aber wie gesagt, wir müssen überhaupt nicht besorgt sein, weil Gottes Plan ist, dass wir uns immer wieder begegnen, bis unsere Beziehung heilig ist. Nun dürfen wir aber größer denken als in diesem linearen menschlichen Denksystem. Ich weiß nicht, ob das in diesem Leben sein wird oder in 15 Leben, die noch kommen. Das weiß ich nicht, aber ich verstehe, was damit gemeint ist, dass ich einem Bruder wieder begegnen werde, solange bis wir wissen, unsere Beziehung ist heilig. So, es gibt noch eine dritte Art der Beziehung. Die sind eher selten, weil sie unser Leben lang andauern. Und das heißt nicht mal, sagt der Kurs selbst, dass wir diese andere Person wirklich mögen müssen, sondern sie ist aber uns an die Seite gestellt, um zu lehren und zu lernen. Sie ist uns an die Seite gestellt, um wieder dort anzukommen, dass wir wissen, dass die Liebe eins ist. Der Kurs sagt dazu, die dritte Ebene des Lehrens tritt in Beziehung auf, die, sind sie einmal eingegangen worden, lebenslänglich wären. Das sind Lehr- und Lernsituationen, in denen jeder Person ein ausgewählter Lernpartner gegeben wird, der ihm unbegrenzte Gelegenheiten zum Lernen bietet. Von diesen Beziehungen gibt es im Allgemeinen wenige, weil ihre Existenz voraussetzt, dass die daran Beteiligten gleichzeitig ein Stadium erreicht haben, in dem das Gleichgewicht von Lehren und Lernen tatsächlich vollkommen ist. Das bedeutet nicht, dass sie das notwendigerweise begreifen, in der Tat erkennen sie es im Allgemeinen nicht. Sie mögen einander sogar für einige Zeit oder vielleicht ein Leben lang feindlich gesinnt sein. Das nochmal zur Klärung der dritten Ebene, wie Beziehungen funktionieren auf dieser menschlichen Ebene. Wir alle wissen wahrscheinlich sofort, welche Menschen in unserem Leben diesen Platz einnehmen. Und wir selber wissen auch, dass wir nicht nur jeden Tag ihnen gegenüber wohlgesonnen sind. Der Kurs sagt uns ja, sie bieten uns unendlich viele Gelegenheiten, um zu lernen, also um zu vergeben, um Illusionen abzulegen. Und um einer heiligen Beziehung Platz zu machen, um der Heiligkeit deines Bruders Platz zu machen. So, wo wir das jetzt miteinander geklärt haben, wie du Liebe ist eins in deinem menschlichen Alltag vielleicht mitnehmen kannst, was dein Bewusstsein vielleicht hochhalten kann, während du diese verschiedenen Arten von Beziehungen in deinem Leben siehst, können wir jetzt endlich mal die Lektion 127 etwas näher betrachten gemeinsam. Den ersten Absatz hatte ich uns ja schon vorgelesen. Da dachte ich, vielleicht entsteht die Verwirrung zwischen, okay, wenn die Liebe eins ist und wenn der Gedanke falsch ist, dass es verschiedene Arten der Liebe gibt, wie soll ich denn das in meinen Alltag übersetzen? Also, fahre ich mal fort mit Absatz 2. Immer wenn mir was dazu einfällt, weißt du ja, halt dich inne und gib meinen Senf dazu. Ansonsten lade ich dich einfach dazu ein, das mal auf dich wirken zu lassen. Ich fange mal an zu lesen. Die Bedeutung der Liebe ist für jeden verschleiert, der glaubt, die Liebe könne sich verändern. Und das ist wahr. In der absoluten Art und Weise, wie Liebe ist, ist sie unveränderbar. Nur auf der menschlichen Ebene, weiß ich nicht, hört eine Beziehung auf. Scheinbar, scheinbar. Auf der menschlichen, auf der körperlichen Ebene. Im Geiste sind wir immer miteinander verbunden und in Wahrheit sind wir immer wieder miteinander verabredet, bis unsere Beziehung heilig ist. Ich lese mal weiter. Er sieht nicht, dass es eine Liebe, die sich verändert, nicht geben kann. Und deshalb denkt er, er könne manchmal lieben und zu anderen Zeiten hassen. Er denkt auch, Liebe könne dem einen geschenkt werden und dabei sie selber bleiben, obwohl sie anderen vorenthalten wird. Solches von der Liebe zu glauben heißt, sie nicht zu verstehen. Könnte sie solche Unterscheidungen treffen, so müsste sie zwischen dem Gerechten und dem Sünder unterscheiden und den Sohn Gottes in getrennten Teilen wahrnehmen. Du merkst immer wieder, wir springen zwischen der absoluten Wahrheit, wo die Liebe eins ist und der menschlichen Wahrnehmung, wo wir verschiedene Arten der Liebe wahrnehmen, die uns aber immer wieder nur die gleiche Aufgabe im absoluten Sinne geben. Ich lese mal weiter. Liebe kann nicht urteilen. Ich glaube, vielleicht ist es auch immer so eine schöne Übung zu wissen, wo sind wir, auf welcher Ebene. Sind wir auf der absoluten, auf der Ebene von Gott oder sind wir wieder auf der menschlichen Ebene? Vielleicht ist das eine Übung für dich, während ich lese, zu verstehen, wo sind wir gerade. Liebe kann nicht urteilen. Da sie selbst eins ist, betrachtet sie alle als eins. Ihre Bedeutung liegt im Einssein. So muss sie sich dem Geist entziehen, der sie sich als parteiisch oder partiell vorstellt. Es gibt keine Liebe außer der Liebe Gottes. Und alle Liebe ist sein. Was ich auch immer wieder schön finde oder was mich immer wieder berührt oder mich zum Lächeln bringt, ist die Tatsache, dass der Kurs mit Wiederholungen spielt. Hier in dieser Lektion kommt dieser Satz, dass es keine Liebe außer der Liebe Gottes gibt, öfter vor. Das heißt, nicht nur der Titel, sondern auch in der Lektion wird es wiederholt. Und für mich sind diese Wiederholungen ein Hinweis, dass etwas ganz Wichtiges gerade passiert. Ich lese mal wieder weiter. Es gibt kein anderes Prinzip, das dort herrscht, wo die Liebe nicht ist. Liebe ist ein Gesetz ohne ein Gegenteil. Ihre Ganzheit ist die Macht, die alles als eins hält. Das Bindeglied zwischen dem Vater und dem Sohn, das sie beide auf ewig als dasselbe hält. Wir sind dasselbe wie Gott in der Essenz. Okay, dieser Absatz ist wirklich schön. Ein Kurs, der darauf abzielt, dich die Erinnerung dessen, was du wirklich bist, zu lehren, kann nicht versäumen, zu betonen, dass es nie einen Unterschied geben kann zwischen dem, was du wirklich bist und dem, was die Liebe ist. Oh, zwischen dem, was du wirklich bist und dem, was die Liebe ist. Wir sind die Liebe. Es gibt keinen Unterschied. Im absoluten Sinne sind wir Liebe. Liebe, damit, einen ganzen Tag mit diesem Gedanken, einen ganzen Tag verbringen, immer wieder sagen, hey, ich bin Liebe, das bin ich in Wahrheit und damit in die Welt gehen und alles geben, diszipliniert dabei bleiben, dich immer wieder danach auszurichten, dich immer wieder daran zu erinnern, falls du wieder drohst einzuschlafen. Was macht das? Das muss doch deinen Tag verändern. Es verändert meinen auf alle Fälle. Du bist doch nicht, du gehst doch nicht den gleichen Weg, du denkst doch nicht die gleichen Gedanken, du begrüßt die anderen Menschen doch nicht gleich, wenn du weißt, ich bin Liebe. Und weil ich das bin, bist du mein Gegenüber. Das auch, weil wir sind im absoluten Sinne gleich. Das verändert doch deine Perspektive. Zumindest ist das meine Erfahrung. So, ich lese mal weiter. Die Bedeutung der Liebe ist deine eigene und wird von Gott selbst geteilt. Denn was du bist, ist, was er ist. Es gibt keine Liebe außer der Seinen. Und was er ist, ist das Einzige, was es gibt. Es gibt keine Begrenzung, die ihm auferlegt ist. Und deshalb bist du auch unbegrenzt. Der Absatz 4 hat es echt in sich. Der ist wirklich wunderschön. Kein Gesetz, dem die Welt gehorcht, kann dir helfen, die Bedeutung der Liebe zu erfassen. Wir sind wieder auf dieser menschlichen Ebene. Da gibt es nichts, was uns helfen kann, wenn wir nur diesen menschlichen Filter haben, zu erfassen, was wir in Wahrheit sind, was Liebe in Wahrheit bedeutet. Es geht nicht. Du musst dich für die Möglichkeit einer anderen, einer höheren Ebene öffnen, um irgendwie nur einen Funken davon zu erfassen, was Liebe in Wahrheit ist. Ich lese mal weiter. Was die Welt glaubt, wurde gemacht, um die Bedeutung der Liebe zu verbergen und sie im Dunkel und geheim zu halten. Es gibt nicht einen Grundsatz, den die Welt vertritt, der nicht gegen die Wahrheit dessen, was die Liebe ist und dessen, was du auch bist, verstoßen würde. Suche nicht, dein Selbst in der Welt zu finden. Liebe kann nicht in der Dunkelheit und im Tod gefunden werden. Doch ist sie vollkommen offensichtlich für Augen, die sehen und für Ohren, die der Liebestimme hören. Heute üben wir uns darin, deinen Geist von all den Gesetzen zu befreien, denen du meinst, gehorchen zu müssen, von allen Begrenzungen, innerhalb deren du lebst und von allen Veränderungen, die du für einen Teil des menschlichen Schicksals hältst. Heute machen wir den größten einzelnen Schritt, den dieser Kurs in deinem Vorwärtsschreiten zu dem von ihm gesteckten Ziel erfordert. Wenn du heute den leisesten Schimmer dessen, was Liebe bedeutet, erlangst, dann hast du auf dem Weg zu deiner Befreiung eine Strecke ohne Maß zurückgelegt und eine Zeit durchstritten, die in Jahren nicht zu zählen ist. Lass uns also heute gemeinsam freudig einige Zeit Gott geben im Verständnis, dass es keine bessere Verwendung für die Zeit als diese gibt. Genau, wir können Zeit für unheilige Zwecke, für das Ego nutzen oder für heilige Zwecke uns zur Wahrheit aufzuwecken. Das gilt auch für den Körper. Eine Sache finde ich in dieser Lektion wieder wichtig, eine Erinnerung. Ich glaube, wir wissen es alle, aber es ist immer schön, sich daran zu erinnern, weil unser Ego uns immer wieder einreden wird, dass es schon alles weiß und es deine einzige Hilfe ist, aber gerade mit dem Ego bist du nur verloren. Es gibt einfach keine Lösung für ein Problem, wenn wir auf unser Ego hören. Unser Ego erschafft Probleme und Probleme können nicht auf derselben Ebene gelöst werden, auf der sie entstehen. Die Energie ist eine ganz andere. Dein Bewusstsein ist in einem ganz anderen, wenn du eine Antwort empfangen willst, als wenn du ein Problem zu haben meinst. Also, diese wichtige Erinnerung will ich jetzt noch mit dir teilen aus der Lektion 127 und dann will ich mich auch schon wieder von dir verabschieden. Danke, danke, dass du hier dabei bist und mir so geduldig zuhörst. Ruf deinen Vater an und sei sicher, dass seine Stimme Antwort geben wird. Er selbst hat dies versprochen und er selbst wird einen Funken der Wahrheit in deinen Geist legen, wo immer du eine falsche Überzeugung, eine dunkle Illusion deiner eigenen Wirklichkeit und dessen, was Liebe bedeutet, aufgibst. Er wird heute durch deine nichtigen Gedanken leuchten und dir die Wahrheit der Liebe verstehen helfen. Er wird uns verstehen helfen, wenn wir ihn dazu einladen. Er hilft uns. Wir sind nicht alleine. Wir müssen das nicht alleine erfassen. Wir müssen nur die Bereitschaft aufbringen und sagen, Gott, führ du mich. Ich trete zurück. Ich möchte bitte, dass du mich führst, weil ich habe alleine keine Ahnung. Mein Ego sagt mir, ich habe Ahnung, aber ich weiß, wenn ich auf mein Ego höre, dann laufen die Dinge meistens schief, um es Gelinde auszudrücken. Aber ich möchte auf dich hören und ich weiß, du kannst mir helfen. Das ist es. Wir vergessen manchmal, was für eine machtvolle Hilfe wir haben mit Gott, mit dem Heiligen Geist, mit unserem Bruder Jesus, wenn wir diese denn einladen und uns nicht vom Ego einreden lassen, dass das alles Quatsch ist. Das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Ich lese mal wieder weiter. Er wird heute durch deine nichtigen Gedanken leuchten und dir die Wahrheit der Liebe verstehen helfen. In liebevoller Sanftheit wird er bei dir bleiben, wenn du zulässt, dass seine Stimme, deinen rein und offenen Geist die Bedeutung der Liebe lehrt. Und er wird die Lektion mit seiner Liebe segnen. Ich glaube, ich mache hier mal Schluss, weil es war ein ganz wundervoller Absatz, den wir mal nachhallen lassen können. Und ich glaube, nachhallen lassen können wir am meisten, wenn wir in der Stille mit uns selbst sind. Und genau dorthin gehe ich jetzt. Ich danke dir sehr, dass du heute wieder hier warst beim Happy Cool Love Podcast. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere wieder mitnehmen, um dich selbst zu klären. Das würde mich sehr für dich freuen. Ansonsten hoffe ich, dass es dir gut geht und dass wir uns nächste Woche wieder hier sprechen beim Happy Cool Love Podcast. Bis dahin. Pass gut auf dich auf. Deine Peri. IEb I see. I see.